Jo Leute und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Davor ganz kurz eine Info. Wir wissen endlich, was das letzte Geschenk sein wird. Denn hier unten sieht man es auch schon. Wir werden alle eine Spitzhacke bekommen. Und es ist ja die Pilzliche Hacke, die genau so aussehen wird. Das wird die letzte Belohnung sein und die gibt es dann ab nächster Woche. Und jetzt auf jeden Fall direkt mal schauen, was in den Shop kommt. Denn der ist jetzt auch schon da. 2, 1 und dann mal schauen. Was haben wir jetzt am Start? Also Bubafett immer noch geblieben. Wie lange bleibt der denn bitte am Start? Na ja, dann runter alle Pakete noch. Ansonsten Copacay auch noch geblieben. Und dann mal schauen. Tägliche Sachen. Hier sieht jetzt noch nichts besonders aus. Und Geometrik Paket nochmal zurück. Und hier oben die vorgestellten Sachen. Sieht das noch nicht so krass aus. Und deswegen habe ich jetzt mal nachgeschaut und man kann sagen, alles ist 1 bis 2 Monate nur her. Und es gibt nichts Neues. Also ich habe jetzt auch mal kurz neu gestartet. Da kam nichts dazu. Wir fangen aber oben an mit der Mani. Ist immer noch ein sehr niceer Skin. Hat insgesamt 3 Stile. Hier auch nochmal Tattoos an der Seite. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Niceer Skin. Auch die nochmal am Start mit der Hacke. Und die Hacke hat sogar noch einen Rückenaccessoire. Also hier, da kann man die Hacke halt rausziehen. Also ist schon nice. Ist auch irgendwie beides. Ja, Monat her. Ja, Liebesranger daneben auch schon sehr alt aus Season 2 mit diesem Flügel noch. Und der Herzhacke. Dann gibt es die Razer nochmal zurück aus dem Metal Breaker Set. Hier auch nochmal mit dem Koro Humora. Auch hier zurück mit der Lackierung und dem Musikstück. Alles 45 Tage her. Okay. Ansonsten Geometrik Paket. Dieser Würfel-Skinn sage ich mal. Dieser Würfel-Kopf ist auch ganz okay. Ist halt so gesehen auch vom Live-Event letztens. Ja, auch nochmal zurück. Ein Monat her. Das ganze Paket hier. Und ja, ganz okay, sage ich mal. Taktik-Offizieren auch nochmal zurück. Ist 48 Tage her auch schon aus Season 2. Also uralter Skin. Dann nehmen die Schädelinie auch die Nummer zurück. Wenn es einen Stil, den man sich durch Aufgaben freischalten kann. Dann gibt es Oldschool. Ist ein Monat her. Und die Schädelinie übrigens 51 Tage her. Habe ich gerade vergessen zu sagen. Pauselfang ging da runter auch nochmal. Zeigt ihr so ein paar Tricks. 40 Tage her. Ganz coole Sumo für 200 nur. Verschwitzt. Ja. Da sage ich ihr jedes Mal zu. Das passt zu den aktuellen Spielern, die am Schwitzen sind. 37 Tage her. Und Shaolin Setup 36 Tage her. So heute mal 3 200er Modes. Ja, ganz okay. Da darunter, wie gesagt, hier die ganzen Karate Sachen geblieben. Und Boba Fett auch. Und hier ist nichts Neues dazu gekommen. Okay, das war's. Bis hast Diary. Ciao. Ciao. Ciao.